Ich heiße Christa und ich komme aus Schleswig-Holstein und aufgrund einer Krankheit wurde mir vor zwei Jahren der Unterschenkel amputiert. Dann musste leider im letzten Jahr eine Knieex vorgenommen werden und ich musste damit leben, dass ich nun eine größere Prothese bekomme. Der Orthopädie-Techniker hat mir auch gesagt, dass dies ein Gelenk sei, was speziell auch für ältere Menschen konzipiert worden ist und darauf war ich natürlich neugierig. Denn wenn man immer Sport gemacht hat und plötzlich so an den Rollstuhl gefesselt ist, dann hat man schon so seine Gedanken, wie geht das Leben weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für einige vielleicht abschreckend ist, dass man jetzt zweimal in der Woche zur Therapie gehen muss oder auch noch zum Orthopädie-Techniker, aber es ist sehr wichtig. Zwischendurch hatte ich auch ein mechanisches Gelenk, aber da hatte ich leider das Pech viermal zu stürzen. Und das ist bei diesem Kniegelenk überhaupt nicht passiert. Also für mich war sehr wichtig, dass ich selbstständig wieder arbeiten kann, dass ich selber den Haushalt versorgen kann, dass ich Ätten machen kann zum Beispiel oder kleine Staub wischen, Essen kochen, alles freihändig. Man hat wieder beide Hände und das ist natürlich ein unheimlich schönes Gefühl, dass man seine Selbstständigkeit zurückbekommt. Das ist für mich dann auch Lebensqualität. Also, dass man dieses Gefühl hat zu leben, das finde ich so wichtig. Man kann ins Theater gehen, man kann ins Kino gehen, man kann ja tanzen noch nicht, aber das kommt auch noch. Das auf alle Fälle, bin ich ganz sicher.